Herzlich Willkommen zu meinem Nachtalk zum Spiel gegen Leverkusen. Ja, aus Augsburger Sicht könnte ich natürlich kotzen. Ich kann es nicht anders sagen. 94. Minute das Gegentor zu kassieren, dass das Spiel entscheidet, das ist immer so ein bitterer Moment. Die Mannschaft hat gekämpft, gefightet, alles reingeworfen, was geht gegen diese spielstarke Truppe, die ja nicht ohne Grund auf Platz einsteht. Mit einer überragenden Statistik dieses Jahr. Und es hat einfach dann am Ende nicht sein sollen. Irgendwo erzwingt dann Leverkusen auch noch das Tor. Das muss man dann halt auch anerkennen. Alonso hat gesagt, das war ein Reward für den Aufwand, den sie betrieben haben. Und ja, kann man so sehen. Trotzdem, auch Didi Hammer hat gesagt, aufgrund dieses disziplinierten Verteidings hätte der FC Augsburg sich hier einen Punkt schon verdient gehabt. Und ich sehe das halt auch so. Es tut weh. Wir werden das Spiel jetzt mal ganz entspannt uns anschauen. Was haben wir probiert? Was war die Lage? Fangen wir erstmal vielleicht an mit der Aufstellung von uns. Es war tatsächlich dieses aus dem Testspiel gesehene 4-1-3-2. Nennt ihr, wie ihr es wollt. Kann man auch 4-3-1-2 nennen. Es war tatsächlich eher ein 4-3-1-2. Also sehr defensiv. Rex hat tatsächlich diese halblinke Position gespielt. Hätte ich niemals gedacht. Und Jensen eben halb rechts. Dorsch war der tiefe Sechser. Aber es war natürlich dann, weil Leverkusen enorm viel Ballbesitz hatte und hinten fassweise reingedrückt hat, er dann nochmal vor der Viererkette so eine Dreierlinie. Jensen und Rex Bitschei waren hauptsächlich mit dem Verteidigen beschäftigt. Das muss man so einfach sagen. Vagers hat tatsächlich diesen Zehner-Part gespielt, wo er dann auch in der ersten Halbzeit einmal diesen richtig guten Umschaltmoment hatte, wo er sich super durchsetzt. Und dann verstehe ich nicht, warum er den Pass Richtung Tietz zentral gespielt hat. Er hätte einfach den Ball rechts Richtung Jensen spielen können. Er wäre dann 1 gegen 1 gegen Radetz gestanden. Das sind immer diese kleinen Momente, wo wir hatten in diesem Spiel, Überumschaltmomente, wo wir Leverkusen echt hätten wehtun können. Du kannst die halt nur schlagen, wenn einer davon, wenn du dich belohnst für diese Szenen. Und Jess hat es auch schon auf der PK gesagt, wenn man sich so das ganze Spiel anschaut, über den Ballbesitz kamen wir wenig zu Torschancen bis gar nicht. Das hat Jess auch ein bisschen enttäuscht. Aber über die Umschaltmomente hatten wir dann eben diesen Steilpass mal auf Tietz, wo dann knapp abseits war. Und ach, ist das bitter. Und dann hatten wir auch diesen Ball auf Demirovic, wo auch scheinbar abseits war. Ich habe keine Auflösung bekommen. Ich weiß nicht, ob es kein Problem mit der Linientechnik hatte. Es war scheinbar auf jeden Fall, ja gerade beim Tietz-Tor enorm knapp. Und immer wieder, wenn wir gefährlich waren, waren es halt einfach diese Chip-Bälle hinter Leverkusens Dreierkette, die einfach nicht eingespielt waren. Und da haben wir natürlich auch unsere Chancen gesucht. Demirovic hatte auch mal diesen Distanzschuss, wo er auch nicht abseits war, wo alle dachten im Stadion, der Schiri pfeift nicht. Ja gut, dann nimmt er halt den Abschluss. Es waren Momente da. Und da muss es halt irgendwo das Spielglück haben, um so eine Mannschaft wie Leverkusen zu schlagen. Aber ich hatte vor dem Spiel ein bisschen Hoffnung, auch wie viele zumindest auf den X. Wir waren ja auch wirklich kurz davor. X heißt unentschieden. Man muss schon auch sagen, man hat bei Leverkusen gesehen, dass fünf absolute Stammspieler fehlen, Leute. Die ganze Dreierkette hat gefehlt. Ta, Kuso nun, Ta, Pso war nicht auf dem Platz, wo ich das vom Spiel gesehen habe. Jeder, der selber gefußvoller gespielt hat, weiß, wie schwierig das dann doch ist, mit einer komplett uneingespielten Defensivlinie zu spielen. Und das hast du halt eben gesehen bei diesem Chip-Bam. Weil Kuso nun und Ta, Pso war schon sehr schnelle Innenverteidiger sind, hatten wir teilweise hier auch Tempo-Vorteile und konnten uns da schön in diese Räume rein spielen. Und André natürlich nicht über den Speed kommt. Und das haben wir leider nicht dann ausgenutzt. Sowas musst du halt dann auch bestrafen. Und da war ein bisschen die Hoffnung, dass wir hier was mitnehmen können. Auch vorne hat einfach Florian Würz wegen der Erkältung nicht von Anfang an gespielt. Und Bonny Face, der überragende Mittelstürmer. Also hat man auch gesehen, dass der von der Qualität natürlich deutlich stärker als der Schick ist. Hat auch gefehlt. Und da muss man, finde ich, das Spiel schon, das muss man schon im Spiel mit einbewerten. Man hat auch gemerkt, wo Bürzner reinkam, kam glaube ich gleich richtig Spielwitz in Leverkusen rein. Und da haben wir unsere Chance gefunden und ein bisschen genutzt. Mit Ball war es aber wenig. Es waren nun mal die Umschaltmomente und auch das gute Verteidigen, das uns dann lange im Spiel gehalten hat. Und mit etwas Glück kannst du das sogar gewinnen, wenn Tietz da nicht im Abseits steht. Aber man muss da auch die Wahrheit sagen, brutal, dass Leverkusen mit so einer B11, also fast schon, es sind fünf Spieler, Feldspieler, die gefehlt haben von zehn, trotzdem so einen geordneten Fußball gespielt hat. Und ja, ich muss auch da ein paar warnende Worte am Ende nochmal sagen. Aber blicken wir mal einfach nochmal auf die Spielstatistiken. Genau, da brauchen wir hier diese Szene. Da seht ihr auch die X-Gos-Werte 2,6, 1 zu 0,13 für Leverkusen. Verwundert mich etwas, das wird wohl daran liegen, weil unsere Szenen dann mit Abseits weggefiffen wurden, wo ich wie gesagt nicht 100% auflösen kann, ob da wirklich alles Abseits war. Es gab dann auch die Szene, wo dann Vargas mal im 16er gefoult wurde. Hat irgendjemand hier, glaube ich, in den Kommentaren geschrieben. War für mich kein Elfmeter, die berühren sich zwar ein bisschen am Knie, aber ist mir dann zu wenig. Und Vargas sich beschwert hat, also für einen Pfiff zumindest, da bin ich dann auch ehrlich genug. Man sieht, Ballbesitz, klar, Leverkusen vorne, 66 zu 34, X-Goals vorne, Pässe 787 zu 241. Das war aber zu erwarten, dass wir eher aus der defensiven Kompaktheit kommen müssen, weil die einen einfach reindrücken und dieses Spiel aufzwingen dem Gegner. Kilometer gerannt, beide 123, das sind Top-Werte für beide Mannschaften hier. Also sehr fleißig, wir waren so in den Sprints nochmal aktiver, weil wir auf vielen natürlich Räume zusprinten mussten. Tackles one, Leverkusen leicht vorne, ja, Ecken 0 zu 12 spricht halt auch für sich. 5 zu 3 Abseits, hier sieht man einfach an dieser Statistik klar, wir haben oft einfach diesen Ball hinter die Dreikette gesucht, was Sinn hatte, weil die einfach das Tempo durch Tabs, Verkusen und Haar, hat das Tempo da einfach gefehlt. Leverkusen hinten haben wir leider nicht bestrafen können durch immer knappes Abseits. Ja, das sind dann einfach so dann auch die Bewertungen. Am meisten gelaufen ist Niklas Dorsch mit 11,9 bei uns und bei ihm Jonas Hofmann. Ja, genau, das einfach mal so. Und Philipp Tietz, 15 direkte Duelle gewonnen. Also Zweikämpfe, defensiv und offensiv, 15 ist schon ein super Wert. Bei Fantasy Draft war Finn Namen unser bester Spieler, bei ihnen Grimaldo Palacios für den Punkt. Okay, Tietz und Jeff bei uns hinter Finn Namen dann. Sehe ich tatsächlich ähnlich in diesem Spiel, aber da kommen wir jetzt gleich noch zu den Spielernoten. Ja, man sieht da einfach, dass Leverkusen natürlich das Spiel trotz der Ausfälle gezeigt hat, wo man erwartet hat. Also man kann da auch wirklich, finde ich, nur den Hut von dieser Truppe ziehen, wie gut die teilweise unter Alonso spielt. Aber trotzdem schade, trotzdem insgesamt schade. Die Abwehr will ich trotzdem sonderlich hervorloben. Das ist uns auch schon im Stadion aufgefallen. Gerade, ja, Finn Damen, top wieder. Hat sich einmal verspekuliert, bei einer Ecke wurde dann einmal selber dann entschärft. Und war wieder überragend. Hat die Dinger gehalten, die er halten kann. Hat mir sehr gut gefallen, der Finn. Gerade, Jeff war für mich, ehrlich gesagt, wieder der beste Spieler auf dem Platz. Für mich ist Jeff man of the match. Wie er antizipiert hat, die Bälle teilweise gewonnen hat. Für uns auch Umschaltmomente in der ersten Halbzeit gerade eingeleitet hat. War für mich Jeff, wie schon in der Hundenrunde, der beste Spieler hier auch in diesem Spiel. Urukai auch sehr stabil, bis auf einen Ballverlust hinten, der ein bisschen gefährlich war. Ja, beide Innenverteidler mit einer sehr guten Leistung. Jeff für mich aber trotzdem, man of the match, sage ich gleich. Iago, finde ich, gegen Frimpong auch gerade das Tempo sehr gut wegverteidigt. Frimpong hatte Probleme gegen ihn, Tempo-Duelle zu gewinnen. Iago hat immer schön den Körper reingebracht, gut antizipiert, hat Defensive wirklich super verteidigt. Der wird uns wirklich fehlen, wenn er so weiterspielt. Der hat scheinbar einen Vorvertrag beim FC Bahia, unterschrieben fürs nächste Jahr, hat er wirklich sehr gut gemacht. Gerade Defensive hatte er so immer seine Schwächen. Aber gegen Frimpong sah das gut aus. Mbavu, Defensive auch sehr solide wie jeder. Aber wenn er halt Flanken schlagen muss, dann landen die leider sehr selten bei unserem Mitspieler. Da muss er echt besser werden. Denke ich gerade an eine Flanke, wo dann wirklich im Nirvana wieder landete. Ja, aber ansonsten auch ein gutes Spiel von ihm. Er war Defensive auch sehr konzentriert gegen Grimaldo, der einfach ein ständiger Unruheherd hat. Die Dinger auch wieder aus der Distanz an die Latte gescheppert hat, was ein Spieler und dafür hat es Mbavu echt ordentlich bis gut gemacht. Dorschi auf der Sechs finde ich im Mittelfeld der beste Spieler wieder gewesen. Ja, was will man jetzt erwarten gegen Leverkusen? Der Defensive alles abgeräumt war, er war recht ballsicher. Er konnte das Spiel nicht an sich ziehen, weil Leverkusen als ganze Mannschaft einfach stärker war. Ja, Dorschi aber finde ich allgemein deutlicher Aufwärtstrend jetzt unter Jess Torrup, Selbstvertrauen ist da. Er macht das wirklich sehr gut. Bis gut hat, kann ich sagen, ist für mich eine glatte Drei-Water gespielt, hat absolut befriedigend. Freddy Jensen wieder auf der Halbrecht-Position, offensiv ganz wenig Impact, hatte ein bisschen Pech, dass er da einmal den Ball vom Vargas nicht bekommen hat. Hatte aber auch, finde ich, gute Ballgewinne öfters mal, wo er uns einen Umschaltmoment kreiert. Auch da, wo dann einmal am Ende Tietz halbrecht zum Abschluss kommt, hat meine ich auch Jensen den Ball erobert. Der hatte gutes Antizipieren, defensiv sehr fleißig, hat diese Rolle leider nicht offensiv interpretieren können, weil wir einfach nur über Konter kamen und wenig Ballbesitz hatten. Aber trotzdem finde ich spannend, ihn in dieser Systematik da zu sehen. Rex Petschei, boah, halblinks gespielt, fühle ich halt überhaupt nicht. Die Position bei ihm war defensiv sehr, sehr fleißig, ähnlich wie Jensen. Hatten beide halt auf beiden Seiten viele Defensivaufgaben, mussten auch die Flügelverteidiger unterstützen. Nach vorne, wie zu erwarten, hat Rex halt wenig gemacht. Er ist für mich einfach da, der Position auch nicht der Hit. Hat aber verteidigt wie ein Löwe, Einsatz gezeigt, Kilometer gefressen. Aber ja, ist für mich nicht seine Position. Da sehe ich dann doch lieber einen Engels oder so mit mehr Spielwitz. Gegen Leverkusen war es aber okay, ihn hier aufzustellen. Aber ja, war jetzt, wie gesagt, für mich ein Vierer. Nicht mehr, nicht weniger. Aber er hat wirklich defensiv wieder gebissen. Eine Flanke hat er, glaube ich, geschlagen mal. Die war aber zu hoch offensiv. Ruben Vargas, ja, erste Halbzeit war er noch ein bisschen untriebiger. Gibt ja auch Gerüchte, dass er sich mit Fiorentina einig ist. Aber es soll jetzt hier kein Thema sein. Mal schauen, vielleicht war es auch Ruben sein letztes Spiel. Ich hoffe es natürlich nicht. Auf der Position hat er ordentliche Szenen, ist dann aber hinten auch ein bisschen abgetaucht. Ja, den einen Pass muss er halt sauberer spielen. Hatte dann noch die Szene im 16er, wo er Elfmeter gefordert hat. War für mich ganz ehrlich zu wenig, auch mit FCA-Brille. Hat mir solide gefallen, war aber auch nicht mehr als eine Vierer, ausreichend. Und dann die entscheidende Szene hatte er jetzt auch nicht, der Ruben. Vorne die zwei Stürmer haben es, finde ich, gar nicht so schlecht gemacht. Man hat, wie gesagt, gemerkt, dass sie gegen eine Dreierkette gespielt haben, die nicht so eingespielt ist. Tietz hat einige Bälle für uns festmachen können. Hat vielen auch besser gefallen als Demirovic in diesem Spiel. So zumindest, was ich gelesen habe und gesehen habe. Und die Noten sprechen ja auch für sich. Zum Beispiel jetzt auch von Bulli, dass er da einer der besten Spieler von uns war. Ja, Tietz hat definitiv gute Zweikärfe gewonnen. Offensiv ordentlich Bälle festgemacht. War stark. Einer hat auch geschrieben, wo Bellio reinkam, hast du einfach gesehen, dass unser Spiel, gerade in diesem Spiel, nicht Bellios Spiel war, sondern eher ein Tietz-Spiel. Sehe ich genauso. Also Pipo hat es ordentlich gemacht. Es ist schade, dass dann sein Tor weggefiffen wird. Er hat, ja, auch den schönen Ball da, meine ich, gespielt. Ja, auf Demirovic, oder war es umgekehrt? Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube schon. Also Pipo war stabil und hat eigentlich das gemacht, was man von einem Neuner mit Rücken zum Tor erwartet. Hat ihm, fand ich, einer seiner besseren Auftritte. Schade, dass er momentan so ein bisschen die Seuche vom Tor hat. Und Demirovic, auch eine Okay-Leistung, hat dann das gemacht, für das er bezahlt wird. Ein bisschen in den Räumen gelauert. Zweimal so aus der Drehung den Abschluss gesucht. Einmal im Sechzehner, einmal aus der Distanz, wo er Pech hat. Das klappt er abseits den Gegenden, wo er dem am Torwart schon vorbei ist und das Tor halt nicht macht. Ist ja dann eh wurscht, weil er das Tor ja nicht trifft. Solide Leistung fand aber tatsächlich Philipp Tietz im diesem Spiel besser als Demirovic. Und er wurde ja auch so von allem bewertet. Und so war auch das Feedback im Stadion von mir, dass Tietz vielen diesmal sehr gut gefallen hat gegen Leverkusen. Da könnt ihr mir gerne mal auch eure Meinung sagen. Für mich, der beste Spieler auf dem Platz war Jeffrey Gouvelleu. Wieder mal vielleicht gefolgt von Finn Dahmen. Und dann kommen schon irgendwo die Verteidiger, Iago, Udo, Kai, Tietz. Kann man dann irgendwo da auch wählen in der Richtung. Aber grundsätzlich finde ich die Aufstellung spannend, wenn wir zum Beispiel gegen Gladbach spielen, weil da erwartet man natürlich viel mehr Ballbesitz etc. pp. Ob sich die dann wirklich durchsetzt. Ich weiß nur nicht, ob ich Elvis da so auf halb links fühle. Ob da sehe ich eher einen Engels, bin ich ganz ehrlich. Und mal schauen, was noch einfach auch passiert auf dem Transfermarkt. Und jetzt schreibt mir mal bitte euren Man of the Match. Und wie sagt ihr das System? Gestern war natürlich dann eher ein flaches 4-3-1-2, wo man auf Umschaltmomente einfach gelauert hat. Mehr war einfach nicht drinnen gestern. Ja, trotzdem will ich auch ein bisschen mahnende Worte in Richtung uns werfen. Ich habe schon auf Instagram gepostet. Wir haben hauptsächlich unsere Punkte zu Hause geholt. Unsere guten Spiele. Wir haben im Jahr 2023 nur ein Auswärtsspiel gewonnen. Eines im ganzen Jahr. Und das war gegen Heidenheim. Und ich fand jetzt die letzten Auswärtsauftritte gegen Bremen und Stuttgart absolut nicht gut. Ich fand auch das Spiel gegen Union Berlin auswärts nicht gut von uns. Köln war okay. Heidenheim hat dann halt alles für uns geklappt, nachdem wir 2-0 hinten lagen. Wir müssen uns steigern. Gegen Bayern und Leipzig werden sehr schwere Heimspiele. Da ist es schwierig, drei Punkte zu holen. Da muss halt viel für uns laufen, wie jetzt gegen Leverkusen. Sprich, du solltest schauen, dass du einer dieser Auswärtsspiele gewinnst oder allgemein auch mehr auswärts gewinnst. Das ist für mich die wichtigste Aufgabe von Jess Torrup, uns da zu stabilisieren. Sonst könnte es halt sein, dass wir jetzt einen richtig holprigen Start in die Rückrunde finden. Klar, es kommen dann auch wieder leichtere Spiele. Das Auftragsprogramm ist hart. Dann wird es aber dafür für uns wieder sehr machbar. Wir müssen halt diese Phase jetzt auch überleben. Wir dürfen es nicht überdramatisieren. Aber das Thema Auswärtsspiele bleibt. Weil die Leistungen, die wir zuletzt auswärts gezeigt haben, wären in Bochum nicht reichend zu gewinnen und in Gladbach auch nicht. Vielleicht einen Punkt, aber mehr nicht. Und wir müssen da auch schauen, dass wir in einen Dreier einfahren. Und das meine ich damit. Hier muss eine Steigerung her. Ich bin gespannt, wie die neue Systematik, die Jess scheinbar schon ernst nimmt, dann da auch funktioniert. Und da möchte ich einfach nur aufmerksam drauf machen, gegen Gladbach und Bochum sollten wir schauen, dass wir einen Dreier einfahren. Weil sonst könnte der Start so ein bisschen in die Hose gehen. Schaut mal auf die Tabelle. Alles entspannt. Wir halten aktuell Platz 11. Können aber noch heute überholt werden von Teams wie Gladbach, Bremen, Bochum. Union kann uns nicht überholen. Die haben aber jetzt Nachholspiel gegen Bayern. Schwamm drüber interessiert uns jetzt nicht wirklich. Wichtig ist jetzt erstmal, wir haben Vorsprung auf Mainz. Die haben unentschieden gespielt. Sieben Punkte. Auf Köln sieben Punkte, die auch hier Heimspiel gegen Heidenheim nicht gewinnen konnten. und acht Punkte auf Darmstadt. Das Puffer ist schon relativ groß in dieser Phase, wo es für uns wirklich hart kommt, was das Programm ankommt. Und das ist auch wichtig, dass wir dieses haben. Aber es könnte durchaus passieren, dass wir die nächsten Wochen, wenn die Ergebnisse eben nicht stimmen, wenn wir die Auswärtsproblematik weiter haben, plus die schweren Heimspiele, könnten wir da durchaus ein bisschen reinrutschen. Da müssen wir dann die Nerven behalten, weil wir wissen, es kommen dann machbare Gegner, direkte Duelle etc. Aber ja, man muss halt irgendwann auch den Anspruch haben, in Gladbach oder in Bochum was mitzunehmen. Und da muss einfach mehr kommen in der Fremde im Jahr 2024. Ja, Leute, dann schlucken wir diese Pille. Schiri-Leistung wurde auch viel kritisiert. Die Nachspielzeit 5 Minuten. Ja, der VIA hat halt lange gebraucht bei unserem Tor, Abseits-Tor. 5 Minuten waren trotzdem üppig. Letzten Endes tut es einfach weh. Nee, es bringt jetzt nichts, irgendwie beim Schiri die Fehler zu suchen. Man hatte im Stadion bis jetzt das Gefühl, dass er viel 50-50 auch gegen uns gepfiffen hat. Aber so ganz nüchtern betrachtet, wo ich das Spiel gesehen habe, war die Leistung jetzt nicht, war in Ordnung. Und es war einfach bitter, dass wir diesen Punch spät kriegen. Die Mannschaft hat einen guten Fight geliefert gegen eine Mannschaft, die einfach auf einem anderen Level ist. Selbst wenn 5 Stammspieler fehlen, waren die einfach in allen Belangen weiter wie wir. Alonso ist auch einfach schon länger Trainer, die Automatismen greifen da. Die Truppe hat es ordentlich gemacht. Und wichtig sind jetzt die nächsten Spiele, gerade Gladbach, immer das nächste Spiel ist das Wichtigste. Schreibt mir eure Meinung zum Spiel gerne in die Kommentare. Wie fandet ihr das System? Wie fandet ihr unser Auftritt? Und dann schauen wir mal einfach, wie es in Zukunft weitergeht. Wie gesagt, auch vielen Dank allen Leuten, die die Videos liken, schauen und natürlich allen Kanalmitgliedern, Spendern und Subs wie immer. Und danke für eure wahnsinnige Unterstützung. Kopf hoch. Jetzt ist so ein bisschen die Enttäuschung am Morgen so ein bisschen weg, weil die Leistung der Truppe ja gut war. Defensiv zumindest. Und danke fürs Zuhören. Kopf hoch und ciao, ciao.